Guten Tag, mein Name ist Fridja Fries. Ich bin Sport- und Fitnesskaufmann und arbeite für die Sportiti GmbH. Und ich möchte Ihnen gerne den Sinn und Nutzen von Adjustable Dumbbells etwas näher bringen. Kurzhanteltraining ist die beliebteste Krafttrainingsform überhaupt. Und das hat seine Gründe. Denn Kurzhanteltraining fördert in einem besonderen Maße den Aufbau von Kraft und Muskeln. Doch es geht noch besser. Das Training mit den Adjustable Dumbbells ist genauso effektiv wie das Training mit den Kurzhanteln, nur ist es noch platzsparender und bedeutet eine wesentlich bessere Ordnung in Ihrem Trainingsraum. Und das hat den Vorteil, dass man die Trainingsgewichte nicht wie bei einer normalen Kurzhantel vom Boden auflesen muss und mühselig zusammenschrauben muss, was durchaus Zeit und auch Nerven kosten kann, sondern man kann mit einfachen Handgriffen das Trainingsgewicht verstellen und die Hantelscheiben, die Sie nicht benötigen, bleiben an Ort und Stelle. Die Taurus Adjustable Dumbbells gibt es in 40 Pfund und in 60 Pfund. Das entspricht 18 Kilo und 27 Kilo. Sie können das Gewicht in 5 Pfundschritten verstellen. Das entspricht der Abstufung eines normalen Kompakthantelsatzes im Fitnessstudio. Nur, dass es wesentlich weniger Platz in Anspruch nimmt und daher ideal geeignet ist für Ihr Krafttraining zu Hause. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video einen Einblick gegeben hat in das Thema Adjustable Dumbbells und dass Sie die richtige Hantel finden werden bei Sport-Tidje entweder online unter www.sport-tidje.de oder in einer unserer zahlreichen Filialen. Vielen Dank fürs Zusehen.